Wir sind hier ja hinter die Kulisse mit Scooter, später live on stage, aber jetzt erst mal Hallo Boy! Hallo! Hallo! Ich wisch gerade noch mal den Tisch. Ja, 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 man muss was machen für das Geld, ne? Hey, erstens, die Songfire ist der absolute super Song. Congratulations! Danke! Wirklich! Ich meine, okay, eine ist hinter die andere, aber diese für mich ist das der Top überhaupt. Fantastisch, ja, echt. Das hört man gern. Das glaub ich dir, aber wirklich. Das war so, wir waren im Studio und wir hatten schon lange mal vor, so ein heavy Gitarren-Riff einzubauen, so a la Van Halen Scorpions, so was richtig hartes. Na ja, und da haben wir das ausprobiert und dazu passte eigentlich nur irgendwie so, fire, so nach vorne halt, ne? Super! Und jetzt grad von Asien zurückgekommen, wie war das in Asien, eure? Also Asien war total spannend und Spaß gemacht. Es waren viele neue Eindrücke, die wir hatten. Sicherlich ein bisschen stressig, deswegen sind wir noch ein bisschen, wir ruhen uns grad noch aus von der ganzen... Ja, weil die Show muss natürlich noch kommen, ne? Aber es war, also, was toll war, war einfach, ja, man hat unheimlich viel Neues erlebt. Und allein die Vorstellung, dass eben das, was aber vor drei Jahren hier mal angefangen hat, jetzt sogar schon in Asien gehört wird, das ist echt toll. Ja, fantastisch. Ich mein, okay, ihr habt jetzt so viel von der Welt gesehen, eigentlich überall in Europa, Asien jetzt, so viel Erfolg gehabt, ein Hit hinter die andere, wie gesagt. Was ist eure Ziel noch? Ich mein, was wollt ihr noch haben dazu? Habt ihr noch Wünsche? Ja, ich glaub, Wünsche hat man immer. Klar, jetzt fangen wir erst in Asien an, das war jetzt die erste, so der erste Schritt überhaupt, in Asien loszulegen. Das war total interessant, hat richtig Spaß gemacht, aber natürlich wär's geil, wenn wir da weiterhin auch dann Erfolg hätten. Ja, oder vielleicht mal irgendwann in Amerika, wenn die sich auch an schnellere Grooves gewöhnen. Aber das wird wahrscheinlich noch dauern, ne? Ja, man weiß nie, Amerika kann ganz schnell kommen, ne? Ja, musst du mal sehen. Ich wünsche euch natürlich alle, alle Erfolg der Welt, weil das Scooter ist auch eine von meinen Lieblingsband, ja, ja. Ich bin, ich bin kein Schleimer, ich sag einfach, wie es ist, es ist einfach so, ja, ja, ja. Und ich wünsche euch viel Erfolg natürlich und hoffentlich bei den nächsten Halbesjahren-Party wieder dabei, da sind wir ein Jahr alt und dann mitfeiern, oder? Schlobisch! Alles klar, bis dann! Okay, jetzt gehen wir schnell zu dem nächsten Act, live on stage, check it out! Okay. J-R-E-A-A-A-A-A-A-A-A! FIRE! All right, Shabbat and Mix, get the Thresh up, you've had the time to risk, we're just coming to an end, and we start again. Back to the family, a guaranteed emergency, the Radical MCH, we've got the penalty. Back to the family, a guaranteed emergency, the Radical MCH, we've got the penalty. One, two, three, fire! Jump in the mix, to all kinds of tricks, up to the pressure, feeling the kicks. 1, 2, 3, fire! 1, 2, 3, fire! FIRE! Untertitelung des ZDF, 2020